So, zweiter Teil dieses Videos. Wir werden uns also mit solchen Übungsaufgaben beschäftigen und werden dadurch automatisch das 1x1 wieder drin haben und Action. Ich schreibe jetzt gleich ein paar Aufgaben hin. Wenn die dann hingeschrieben sind, mache ich das Video wieder an. Bis dahin mache ich Pause und dann werden wir weitersehen. So, jetzt haben wir hier die zwei Aufgaben, die erste und die zweite. Liebe Leute, lasst euch immer ein bisschen Platz oben und unten, weil wir durch das Kürzen sonst ineinander rutschen. Also, jetzt zu Hause Pause-Taste drücken, die Aufgaben abschreiben, rechnen. Wir drücken hier auch die Pause-Taste und rechnen und dann kommt die Auflösung. Was ist passiert? Wir haben folgende Ergebnisse und zwar zwei Drittel beziehungsweise 30. Ich habe das mal farbig dargestellt, was hier passiert ist. Ich zeige gleich nochmal, wie man es macht und wie man es auch machen kann. Es ist ja, gucken wir uns das mal hier oben an, es ist ja nicht Pflicht, dass ich immer nur die 4 und die 20 kürze. Na klar, das passt am besten, es geht am leichtesten. Ich kann ja auch die 4 durch 2 nehmen und die 72 durch 2. Als Beispiel. Oder ich könnte auch die 81 erstmal nur durch 3 teilen und mit der 3 hier kürzen. Oder die 81 mit der 18 beide kürzen. Das ginge. Habe ich in diesem Fall aber gemacht. Das heißt, die Wege nach oben sind unterschiedlich. Das ist nicht das Problem. Auch bei der zweiten kann ich das machen. Ich habe mir deswegen das hier nochmal kopiert. Ich zeige nochmal, was alles machbar ist und ich zeige euch nochmal gleich, was auch sehr praktisch ist. Wir gucken uns gleich mal das oberste Beispiel an. 4 mal 5 ist 20 und hier steht eine 20. Da wäre ich doch eigentlich gut beraten, wenn ich sage 4 mal 5 geteilt durch 20 ist bloß noch eine 1. 20 durch 20 ist eine 1. Logisch, was passiert ist. Wenn man das auch weiß, sagt man 6 mal 12 ist 72. Das kommt später. 6 mal 12 ist 72. Ich kann diesen Wert, der hier rot durchgestrichen ist, gleich durch 72 teilen. Da habe ich hier eine 1 und hier eine 1. Die 81 und die 3. Nehmen wir mal an, ich habe die 18 noch nicht gesehen, weil die da hinten so einzeln rumsteht. Die kann ich beide durch 3 teilen. Machen wir das mal. Durch 3 ist 1, durch 3 ist 27. Jetzt denke ich, ich bin fertig. Ich mache hier lauter Kringel drum und sage, okay, fertig, 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 fertig. Oh, Moment. Moment, 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 Moment. Beide gehen nochmal durch 9. Durch 9 ist 2, durch 9 ist 3. Jetzt gucke ich nochmal hier oben. Jetzt brauche ich nicht zu kringeln. Jetzt weiß ich ja, das war mein letzter Fall. Hier ist eine 2 und eine 3. Die gehen beide nicht mehr zu kürzen. Also bin ich fertig. 2 Drittel. Das wäre auf diese Art das Ergebnis. Nochmal abgekürzt. Hier gibt es bestimmt Fragen. Bei der zweiten gibt es Schwierigkeiten, weil die Zahlen sehr groß sind. Aber wir können uns immer behelfen, indem wir sagen, wir kürzen uns ran. Also, so wie hier oben. Hier. Es kommt immer wieder nochmal eine Zwischenstufe bei rum. Das machen wir jetzt bei der Aufgabe. Wir gucken uns diesen ganzen Salat an und sagen, oh, das sieht ja doof aus. Die 39, die geht durch 3. Habe ich hier was? Irgendwas durch 3 geht? 52, die Quersonne ist 7, geht nicht durch 3. Muss ich mal lassen. Es geht etwas durch, hey, es geht etwas durch 5. Das schnappe ich mir als erstes. Oh, an die 175 traue ich mich jetzt nicht ran. Das lasse ich mal. Aber die 125 durch 5, die geht schnell. Durch 5. Fangen wir an. Durch 5 ist 1, durch 5 ist 25. Nein, jetzt geht es schnell. Jetzt kann ich sagen, 5 mal 5 und die 25 auf einen Schlag durch 25 weg. Ich könnte mich auch rankürzen und könnte sagen, 25 durch 5 steht hier eine 5. 5 durch 5 steht hier eine 1. Aber so habe ich diesen ganzen Term, sagt man dazu, mathematischer Ausdruck, auf einen Schlag gelöst. Eine Zahl geht durch 5, wenn sie entweder eine 5 oder eine 0 hinten stehen hat. Die beiden haben eine 5 stehen. Probieren wir es mal. Durch 5. Ich zeige gleich mal einen Trick. Durch 5 ist 7. Durch, nee, ich mache es mal in einer anderen Farbe nochmal, damit jeder hinterher sieht, was passiert ist. Äh, was hatte ich noch nicht. Ich nehme mal helleres Blau. Durch 5 ist 7. Durch 5 kann ich mich rantasten, indem ich sage, ich mache das fast wie schriftliches, wie Rattenschwanz rechnen. 17 durch 5, das passt. 15 durch 5 passt dreimal rein, dann bleiben 2 übrig. 2 hierhin gedacht. 25 durch 5 ist 5. 35. Und jetzt sehe ich, ich hätte auch beide durch 35 teilen können. Wäre auch möglich. Aber ich sehe noch was anderes. Wenn ich das hier mache, dann sage ich 35 und 7 gehen beide durch 7 nochmal. Also, das 5 ist 1. Hammer. Jetzt gucke ich mir diesen Mist an. Da, Moment mal. Das sind beides gerade Zahlen. Durch 2 gehen sie alle mal. 32 durch 2 ist nicht schwer. Andere Farbe, lila. Aubergine, ist 16. Das durch 2 ist 128. Durch 2. Nochmal. Durch 2 ist 8. Durch 2 ist 120. Durch 2 ist 60. Und 8 durch 2 ist 4. 64. Ah, jetzt habe ich eine Aufgabe, die passt. Die gefällt mir jetzt hier. 64 hier. Diese 64 und die 8, die gehen beide durch. 8 ist 8 und durch 8 ist 1. Hat sich das auch erledigt. Jetzt macht mir das noch ein bisschen Sorgen. Aber ich sage, Moment mal. Die 52 und die 8 sind beide gerade. Also, nehme ich mal braun. Durch 2. Durch 2, durch 2 ist 26. Durch 2 ist 4. Hm. Ach, nochmal gerade. Durch 2 ist 2. Durch 2 ist 13. Moment mal. Jetzt muss ich mal einkreisen, was noch übrig ist. Hier vorne ist nichts mehr außer der 1. Hier aus der 256 ist irgendwann eine 2 geworden. Hier hinten ist eine 5 draus geworden. Hier ist eine 1, eine 1, eine 1. Das kann ich vergessen. Eine 1. Jetzt habe ich noch diese blöde 13 und die 39. Gucke ich mir die nochmal in orange an und sage, ah, durch 13 ist 1, durch 13 ist 3. Jetzt ist noch übrig diese 3 und hier ist es wieder eine 1. Gucken wir unten. Was ist noch übrig? Nichts. 1. Eintel. Hinschreiben. Sicherheitshalber. Ich kann ihn dann gerne noch umformen. Jetzt gucke ich mal, was ist hier. 1 mal 2 mal 3 mal 5. 2 mal 3 ist 6. Mal 5 ist 30. Hat funktioniert. Ich habe es jetzt nochmal demonstriert auf eine andere Art. Wie gesagt, man kann es noch ganz anders machen, indem noch andere Zahlenpaare gekürzt werden. Das ist jetzt sehr wild. Aber ich hoffe, durch die Farbe und durch das Erklären ist klar geworden, was ich hier gemacht habe. Also, nochmal, es ist keine Schande zu sagen, was ist jetzt noch übrig? Habe ich was vergessen? Oder, beziehungsweise, was ist übrig und was muss ich denn miteinander multiplizieren? 1 mal 1 mal 1 bleibt 1 mal 2 ist 2. 3 mal 1 mal 1, alles klar, 3. Dann kann ich nichts vergessen und dann wird es immer richtig sein. Das Kürzen ist eine Übungsfrage. Wir werden dann gleich mal weitermachen. Gibt es hier Fragen? Na, nochmal zu diesem Thema. Wieso habe ich in grün 5 mal 5 komplett durchgestrichen und die 25 in grün durchgestrichen? 5 mal 5 ist 25 wert. Ich könnte auch folgendes machen. Ich mache mal so. Mal diese Stelle nochmal. Ich zeige diese eine Stelle nochmal. Und zwar, hier, um das hier geht es, um diesen Komplex und die 125. Ich könnte doch folgendes sagen. Ich muss ja nicht immer gleich kürzen. Ich könnte auch sagen, warte mal, 5 mal 5 ist 25 mal 5 ist 125. Dann streiche ich das durch und schreibe den neuen Wert 125 hin. Funkelt es? Und ich kann den hinschreiben. Ich kann aber auch sagen, Moment mal, das ist 125 wert, das ist 125 wert. Ich teile beide durch 125. Noch mal zurück. Na, komm. Ich mache es nochmal etwas kürzer. Ich sage, warte mal, durch 5 gehen sie beide. Durch 5 ergibt nur 25. Durch 5 ergibt nur 1. Jetzt bleibt bloß noch das übrig hier. Das und das hier. Die beiden Zahlenpaare. Jetzt mache ich das gleiche wie mit der 125 nochmal. Dann sage ich, warte mal, 5 mal 5 ist 25 und eine 25, statt dass ich durchstreiche und eine neue 25 hier hinschreibe, sage ich, 5 mal 5 ist 25, durch 25 ist 1. Da kann ich mir einen Haufen Schreiberei sparen. So war das gemeint. Haha. Okay. Jetzt kamen Fragen, was passiert denn, wenn ich das mit der Zusammenfasserei mache. Muss ich vorsichtig sein und muss wirklich ganz, sagen wir mal, diszipliniert schreiben. Nehmen wir mal an, diese 4 hier, 4 mal 5 ist 20, das steht so schön übereinander. Diese 4, die stünde da nicht, sondern die stünde hier. Und ich sage, warte mal, die 3, die rutscht mal hier ein bisschen mit dran und ich habe keinen Platz. So. Jetzt wäre es blöde zu sagen, die streiche ich hier weg und schreibe sie hier vorne hin. Gut, weil hier Platz ist, geht das. Aber, dann mache ich es lieber sicherheitshalber so, dass ich sage, durch 4 ist 1, durch 4 ist 5, durch 5 ist 1, durch 5 ist 1. Geht schneller, als wenn ich da lange hin und her tausche und umschreibe und dann vielleicht noch durcheinander komme. Das wäre dann ganz dramatisch. Aber wenn das so schick beieinander steht, dann kann man das ruhig mal schnell machen. Hier, 6 mal 12 ist 72 und die 72, da geht's, machen wir es mal mit dem Rot. Also, das ist 72 durch 72 ist 1, 72 durch 72 ist 1. Zack. Ich setze noch einen hinten dran, einen kleinen Rechentrick. Oh, na, daneben. Einen kleinen Rechentrick und zwar etwas durch 5. Wir nehmen mal an, eine ganz einfache Aufgabe, die jeder kennt. 25 geteilt durch 5. Behaupte ich, ist das gleiche wie 25 mal 2 und danach durch 10. Ja, ja, ist doch klar. Aber wo kann man den Trick anwenden? Wunderschön im Kopf. Nochmal, 25 durch 5. Jetzt in Profischreibweise. 25 Fünftel soll sein wie 25 mal 2 durch 10. Was habe ich denn hier gemacht? Guckt mal, ich habe hier mal 2 erweitert und hier habe ich eigentlich, wenn ich die 10 mal ersetze, eigentlich auch bloß mit 2 erweitert. Das ist die alte 5. Nicht schön. Das ist die alte 5 und jetzt mit 2 erweitert, mit 2 erweitert und 5 mal 2 ist 10. Also rein rechnerisch ist das nichts Besonderes. Jetzt kommt der Haken, wo ist das Schöne dabei? 25 durch 5 kann jeder im Kopf, das ist nicht das Problem. Aber was ist denn, wenn ich sage 17 durch 5? Dann sage ich 17 mal 2 ist 34, durch 10 ist 3,4. Peng. Geht nämlich schneller. Hat es gefunkelt? Nochmal langsam. 17 durch 5. Wie gesagt, die einfachen Aufgaben hier oben, bis hierher habe ich gezeigt, warum das richtig ist. Mal 2 durch 10 ist genauso viel wert, weil das nämlich eigentlich nur eine kleine Erweiterungsaufgabe ist. Der Vorteil, etwas durch 10 zu dividieren, heißt, eine Kommastelle zu setzen. Der Vorteil, etwas mit 2 mal zu nehmen, geht 10 mal besser. Wir sind nun mal so veranlagt, wir haben zwei Arme, wir können mit 2 sehr gut umgehen. Verdoppeln können wir immer, im Kopf. Und jetzt, diese Aufgabe nochmal langsam, 17 durch 5, Achtung, ohne dass ich jetzt den Umweg schreiberisch vollführe. 17 mal 2 durch 10. 17 mal 2 ist 34, durch 10, eine Kommastelle. 10 hat eine 0, deswegen eine Kommastelle. Andere Beispiel. 36 durch 5. 35 durch 5 würde gehen. 36 mal 2 ist 72, durch 10, 7,2. Hier gibt es Fragen. Ja, das geht so schick nur mit der 5. Es gibt noch andere Tricks, bringe ich euch später bei, das bloß mal nebenbei. Jetzt noch was Schärferes dazu. Mal in einer anderen Farbe, ich zeige mal, dass es auch so geht. 0,7 durch 5. In Babyschreibweise, ist egal. 0,7 mal 2 ist 1,4. Aber Achtung, hier, dieses Komma, das wird sich gleich erledigt haben. Aber, ich muss ja das Komma noch 1 rübersetzen. 0,14, bringe ich. Das ist das Ergebnis. Oder, 175 durch 5, wie vorhin das Beispiel. 175 mal 2 ist 350, durch 10 ist 35. So einen Quatsch kann man schnell mal machen, da geht das besser. Wenn man das einmal begriffen hat, dann macht das viel Sinn. Anderer Spaß-Trick noch. Wie viel ist denn 14 mal 11? Achtung. Diese 1 und diese 4 schreibe ich. Ach, das war nicht schön. Und diese 4. Die schreibe ich jetzt so. 1, lasst Platz, 4. Und 1 plus 4 ist 5. Nehmen wir eine andere Aufgabe. 23 mal 11. 2, 3, 2 bis 3 ist 5. Fertig. Und so weiter. Machen wir später. Es kommt noch ein ganzes Video voller Rechentricks und Kniffe. Ja. Nicht durcheinander kommen. 23 mal 11. Da geht das noch alles gut. Was ist denn, wenn ich sage, 19 mal 11. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. 19 mal 11. Das ist der sogenannte 11er-Trick. Dann sage ich, okay. Dünn 1. Dicker 9. Aber erstmal vorsichtig geschrieben. Aber 1 plus 9 ist 10. Da muss ich einen Übertrag mehr merken. Also mit der 11 kann man schon einiges zaubern. Man kann auch ganz schnell zum Beispiel... Ne, machen wir später. Also, ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab, damit es nicht zu lang wird. Aber 1. 1. 2. 3. 11. 22. 22.